Rund um Jürgen Dreefs ist es nach seinem Karriereaus eher still geworden. Tochter Joelina Dreefs packte nun offen über ihren berühmten Vater aus. Jürgen Dreefs. Karriere aus, wie geht es ihm heute gesundheitlich? Vor über einem Jahr kündigte Jürgen Dreefs, 78, an, seine Karriere beenden zu wollen. Unter Tränen verkündete er damals in einer Show von Florian Silbereisen, 41, sich zur Ruhe zu setzen. Die Begleiterscheinungen des Älterwerdens sowie seiner Nervenerkrankung Polyneuropathie hätten sich nach eigenen Angaben mehr bemerkbar gemacht, als von ihm erhofft. Seit Januar hat sich der einstige König von Mallorca nun zurückgezogen, um neue Kraft zu tanken, und die dürfte der 78-Jährige in den letzten Wochen und Monaten auch gebraucht haben, Denn kürzlich wurde bekannt, dass bei Ehefrau Ramona Dreefs, 49, Anfang des Jahres Hautkrebs diagnostiziert wurde. Joelina Dreefs. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Doch wie geht es Jürgen Dreefs gesundheitlich, aber auch generell, derzeit wirklich? Das verriet Tochter Joelina Dreefs, 27, nun im Gespräch mit Bunte. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, so die 27-Jährige, die selbst Musik macht. Man dürfe nicht vergessen, dass ihr Vater schon 78 Jahre alt sei. Und dafür ist er im Kopf und auch körperlich noch sehr jung geblieben. Die Krankheit macht es ihm natürlich nicht immer einfach und es gibt Tage, an denen er erschöpft ist und über Schwindel klagt. Dreefs sei in solchen Situationen dann schläfrig und wolle nichts unternehmen. Doch genau für solche Situationen habe Joelina Dreefs eine besondere Methode, um ihren Vater zu unterstützen. Ich merke immer, dass er total aufblüht, wenn mein Freund und ich ihn besuchen und gemeinsam mit ihm Zeit verbringen. Wir zeigen ihm dann die neueste Musik, die neuesten Dokus und Serien auf Netflix und reden über Musik, das Business und viele andere Dinge. Man merkt, dass er diesen Austausch, gerade mit einer jüngeren Generation, sehr genießt. In Sachen Karriere schaut sich Joelina Dreefs übrigens einiges von ihrem berühmten Vater ab. Was die Bühne angeht, so hat er ja selbst oft nur improvisiert und war einfach spontan und er selbst. Das versuche ich ebenfalls, wenn auch es mir manchmal noch schwer fällt, weil ich oft zu viel nachdenke. Aber ich denke, je öfter ich auf der Bühne stehe, desto souveräner werde ich.